ein neues video vom boost kanal und zwar heute mit matcher text karten und da gibt ihr die normalen booster mit fünf karten drin für ein euro und hier habe ich jetzt ein matcher text päckchen ein booster mit zehn spieler pro packung und das kostet auch zwei euro also falls ihr das mal auch findet empfehle ich es euch mal auch zu holen anstatt immer die für ein euro gibt es nämlich hier also sozusagen sind es jetzt hier vier normale booster sind 20 karten und ja machen wir mal das erste hier auf kommt doch gleich am anfang ein star spieler raus sokrates diapolter papadopoulos kakao reinatz postpech neuer schmidt gall daniel williams gelb red ja wie schon gesagt in so einem booster ist auf jeden fall immer eine star karte dabei oder was höheres also da ist immer eine star karte dabei das auf jeden fall oder was höheres und so mache ich gleich das zweite auf dann habe ich hier einmal die spielregeln dann habe ich hier einmal schäfer franz traxler kirchhof brauers die go de mar a go de marrago nerik ringkon und schelotzi und meine rares einmal Arango als Starspieler. Also. Das waren jetzt die Match-Attack-Booster mit jeweils 10 Spielern drin. Und wie schon gesagt, in jeder dieser Packungen ist auf jeden Fall ein Starspieler drin. Oder eventuell was Höheres. Und ja. Also, falls ihr sie seht, die müssten neben den normalen Boostern stehen, die für 1 Euro sind. Falls ihr die mal seht, könnt ihr euch auch mal 2-3 von denen holen. Wie schon gesagt, ein Starspieler ist auf jeden Fall drin. Oder eventuell was Höheres. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut unsere anderen Videos auch an. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Booskanal.